Elsenfeld ist ein Markt im unterfränkischen Landkreis Miltenberg. Geografie Geografische Lage Elsenfeld liegt in der Region Bayerischer Untermain auf der rechten Mainseite gegenüber von Obernburg am Main am westlichen Rand, des Spessarts etwa zwischen dem 16 Kilometer entfernten, nördlichen Aschaffenburg und der 20 Kilometer entfernten, südlichen Kreisstadt Miltenberg. Durchschnitten wird der Markt durch das Flüsschen-El-Sawa, die in Elsenfeld in den Main mündet. Der topografisch höchste Punkt der Gemeindegemarkung befindet sich mit 407 Meter Ü. NN auf dem Gipfel des Eichelsberges nördlich von Eichelsbach. Der niedrigste liegt im Main auf 116,5 Meter Ü. NN Gemeindegliederung Elsenfeld hat sieben Ortsteile auf vier Gemarkungen. Eichelsbach, Elsenfeld, Rückimmel, Dill, Kreuzmühle, Neuhof, Schippach Es gibt die Gemarkungen Eichelsbach, Elsenfeld, Rück und Schippach. Nachbargemeinde in Elsenfeld ist Teil des Rhein-Main-Gebietes. Nachbargemeinden sind im Norden der Markt-Kleinwall-Stadt, im Osten der Spessart-Markt-Eschau, im Süden die Stadt Erlenbach am Main und im Westen, jenseits des Mains, die bereits genannte Stadt Tobernburg am Main. Auch mit dem Markt Mönchberg gibt es eine gemeinsame Grenze im Bereich der Waldungen Himmel-Dill. Name Etymologie Seinen ursprünglichen Namen hat der Ort Elsaffe vom Fluss Elsawa an dem er liegt. Später wurden die Grundwörter Feld und Zeitweise Hoven hinzugefügt. Frühere Schreibweisen Frühere Schreibweisen des Ortes aus diversen historischen Karten und Urkunden Geschichte Das Gebiet um Elsenfeld war bereits vor mehr als 5000 Jahren besiedelt. Davon zeugen Bent keramische Gräberfunde bei Eichelsbach und Rückschippach. Allerdings hat es aus vorfränkischer Zeit wahrscheinlich keine kontinuierliche Besiedlung gegeben. Eine relativ dichte Besiedlung lässt sich für den Zeitraum um 1600 bis 700 v. Chr. durch Hügelgräber bei Eichelsbach belegen. Erst im 6. Jahrhundert begann die eigentliche geschichtliche Periode. Die ältesten Siedlungen des heutigen Gemeindegebietes sind Eichelsbach und Schippach. Urkundlich erwähnt wurde Elsenfeld erstmals 1122. Die erste urkundliche Erwähnung Schippachs war 1233. Als Graf und Gräfin Rienegg den Grundbesitz des Klosters Himmeltel um Ländereien um Schippach aufstockten, rück erschien erstmals um 1270 in der sogenannten Mainzer Heberolle. Mitte des 13. Jahrhunderts traten alle Orte gemeinsam im Koppelfutterverzeichnis auf. Eichelsbach war leibeigen. Landesheld des Gebietes war der Erzbischof und Kurfürst von Mainz. Die ansässigen Grundherren wurden somit zu Lehnsträgern von Mainz. Bis zum Reichsdeputationshauptschluss 1803 war die Entwicklung des Ortes stark an Burg, Stadt, Gerichts, Amts- und Kellereibesitz Klingenberg geknüpft. Das Gebiet wurde 1803 Bestandteil des Koreskanzlerischen Staates bzw. Fürstentums Aschaffenburg. 1804 fiel Elsenfeld an das Großherzogtum Frankfurt und ging 1814 in den Besitz des Königreichs Bayern über. Eichelsbach und die noch verbliebenen Himmeltaler Besitztümer wurden endgültig aus der Leibeigenschaft und Fron entlassen. Am 30. Juli 1828 wurde Elsenfeld vom Landgericht Klingenberg getrennt und dem Landgericht Obernburg zugeteilt, bei dem es bis zur Landkreisreform 1972 blieb. Im Jahr 1862 wurde das Bezirksamt Obernburg gebildet, auf dessen Verwaltungsgebiet Elsenfeld lag. Wie überall im Deutschen Reich wurde 1939 die Bezeichnung Landkreis eingeführt. Elsenfeld war nun eine der 35 Gemeinden im Landkreis Obernburg am Main. Mit Auflösung des Landkreises Obernburg kam Elsenfeld 1972 in den neu gebildeten Landkreis Miltenberg. Eingemeindungen Am 1. Juli 1971 schlossen sich die bis dahin selbstständigen Gemeinden Eichelsbach, Rück und Schippach freiwillig dem Markt Elsenfeld an. Einwohnerentwicklung Religion Die Einwohner sind überwiegend katholisch. Die Pfarreien Christkönig und St. Josef aus Elsenfeld, St. Barbara aus Eichelsbach und St. Prius haben sich zu der Pfarreiengemeinschaft Christus Salvatur zusammengeschlossen. Die Christkönigskirche ist katholische Hauptkirche. In den Sommermonaten wird zusätzlich, vor allem wochentags oder für Hochzeiten, die 1767 im barocken Stil errichtete Dorfkirche St. Gertraut genutzt. Bis zum Bau der Christkönigskirche vor etwa 50 Jahren war sie Hauptkirche der katholischen Gemeinde. Außerdem finden regelmäßige Gottesdienste im Senioren-Domizilhaus Dominik statt. Ferner gibt es in Rückschippach die Pfarrkirche St. Pius die im barocken Stil erbauten St. Antonius und St. Johannes Kirchen im Kloster Himmeltel die ehemalige Jesuitenkirche St. Sebastian und in Eichelsbach St. Barbara sowie mehrere kleinere Kapellen. Das Gemeindehaus der evangelisch-lutherischen Pfarrgemeinde und das katholische Pfarr- und Jugendheim St. Gertraut bieten Räume für die Jugendarbeit und für andere soziale Angebote. Seit 1987 gibt es eine Moschee, welche Räume für Jugend-, Frauen-, Gemeinnützungsarbeit und andere soziale Angebote stellt. Seit 2010 gibt es eine neue Moschee. Punkt. 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 Politik. Bürgermeister und Marktgemeinderat. Am 2. März 2008 wurde Matthias Luxem zum ersten Bürgermeister gewählt und am 16. März 2014 im Amt bestätigt. Zweiter Bürgermeister ist Berthold Oberle und dritter Bürgermeister Wolfgang Büttner. Der Marktgemeinderat setzt sich wie folgt zusammen. UBV – 9 Sitze, CSU – 7 Sitze, SPD – 4 Sitze. Die Gemeindesteuereinnahmen betrugen im Jahr 1999 umgerechnet 5.059.000 Euro, davon waren umgerechnet 1.522.000 Euro Gewerbesteuereinnahmen. Wappen Das Wappen des Marktes Elsenfeld ist in Rot und Silber gespalten. Auf der linken Seite findet sich ein silberner Schrägwellenbalken sowie ein silbernes, sechsspeichiges Rad. Auf der rechten Seite befindet sich ein grüner Elsenbaum auf grünem Grund. Die Wellenbalken stehen für die geografische Lage der Gemeinde am Flüsschen-El-Sawa. Zugleich steht er für den Ortsnamen, der sich vom Flussnamen ableitet. Der Elsenbaum steht für die Ortsnamensbezeichnung Elsen. Das silberne Rad sowie die Farben Silber und Rot stehen für die ehemalige Zugehörigkeit zum Kurstaat Mainz. Elsenfeld führt dieses Wappen seit 1954. Städte Partnerschaften Am 28. Mai 2005 schloss Elsenfeld mit der Stadtkondessur Noiro im französischen Departement Calvados eine Städte Partnerschaft. Wirtschaft und Infrastruktur Wirtschaft Es gab 1998 nach der amtlichen Statistik im produzierenden Gewerbe 999 und im Bereich Handel und Verkehr keine Sozialversicherungspflichtig. Beschäftigte am Arbeitsort In sonstigen Wirtschaftsbereichen waren am Arbeitsort 498 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort gab es insgesamt 3157. Im verarbeitenden Gewerbe gab es keine, im Bau Hauptgewerbe acht Betriebe. Zudem bestanden im Jahr 1999 34 landwirtschaftliche Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von 678 Hektar. Davon waren 504 Hektar Ackerfläche und 157 Hektar Dauergrünfläche. Im Ortsteil Rück liegt ein Weinanbaugebiet für Frankenwein mit den Lagenbezeichnungen ZB, Rücker, Schalk oder Jesuitenberg. Teilweise auf Elsenfelder Gebiet befindet sich ein Industriegelände mit dem Namen Industriecenter Obernburg. In der Bevölkerung ist es auch unter dem Namen Glanzstoff bekannt. Dort werden traditionsgemäß verschiedene Arten von Chemiefasern produziert. Daneben sind am Standort auch zahlreiche kleine Unternehmen verschiedener Branchen zu finden. Obwohl das Industriecenter den Namen Obernburg trägt und dies auch der Ort der Postanschrift ist, befindet es sich ausschließlich auf den Gemarkungen der Gemeinden Erlenbach am Main und Elsenfeld. Verkehr Bahn Elsenfeld verfügt über einen Bahnhof der bei der Deutschen Bahn AG als Bahnhof Obernburg-Elsenfeld geführt wird. Tatsächlich sich jedoch auf der Elsenfelder Seite des Mains befindet. Von dort bestehen über die Maintalbahn regelmäßige Regionalverbindungen nach Aschaffenburg und Miltenberg. Die Bahnstrecke Obernburg-Elsenfelder im Buchental wurde bereits 1968 für den Personenverkehr und 1978 auch für den verbliebenen bescheidenen Güterverkehr nach Eschau stillgelegt. Die ehemalige Bahntrasse wurde größtenteils als Radwanderweg ausgebaut. Straße Elsenfeld liegt unweit der Anschlussstelle Obernburg am Main der Bundesstraße 469. Elsenfeld ist mit Obernburg durch eine Mainbrücke verbunden. Die frühere alte Mainbrücke Elsenfeld-Obernburg wurde abgerissen und auf den bestehenden Brückenpfeilern erhöht ein Fahrrad- und Fußgängersteg errichtet. Auch eine weiträumige Ortsumgehungsstraße wurde gebaut, um dadurch die durch den Innenort führende Staatsstraße 2309 zu entlasten. Bildung und Kultur Bildungseinrichtungen Elsenfeld bietet ca. 400 Kindergartenplätze. Schulen Mozart Grundschule Georg Keimel Mittelschule Ca. 310 Schüler Staatliche Realschule Elsenfeld Ca. 1000 Schüler Julius Echter Gymnasium Ca. 950 Schüler Förderschulen El-Saber-Schule Zur Erziehungshilfe mit Heilpädagogischer Tagesstätte Kloster Himmeltel Richard Gallenbacher Schule Janusz Korczak Schule Blindeninstituts Stiftung Außenstelle Elsenfeld Heimatmuseum Das 1980 eröffnete Heimatmuseum befindet sich im ältesten Fachwerkhaus Elsenfelds. Es zeigt über 6000 Exponate aus Handwerk und Landwirtschaft, Alltagsgegenstände sowie Bilder liefern Einblicke in die Geschichte der Gemeinde. Das Museum wird betreut vom Heimat- und Museumsverein Elsenfeld und ist nur zu besonderen Anlässen geöffnet. Bürgerzentrum Das Bürgerzentrum erbaut 1992 bietet regelmäßig Raum für verschiedenste kulturelle Veranstaltungen von Vereinen, für Feiern, Vorträge, Tagungen und Konzerte. Der Vorplatz wird bei Dorffesten und beim Weihnachtsmarkt, dem sogenannten Kläuschenmarkt, genutzt. Bibliothek Es existiert eine Gemeindebibliothek mit ca. 22.700 Medien. Baudenkmälerliste Der Baudenkmäler in Elsenfeld Freizeit- und Sportanlagen Freizeitbad 2001 wurde das Hallenbad erneuert und als Freizeitbad El Savermar wieder eröffnet. Das Bad enthält ein 25 Meter Schwimmbecken mit Nichtschwimmerbereich sowie einen Wasser- und Felsenspielbereich für Kleinkinder. Im Foyer und Badebereich befindet sich eine Cafeteria, ein Wintergarten mit Zugang zum Freizeitbereich und zur Liegewiese lädt zum Entspannen ein. Es gibt die Möglichkeiten des Hydro-Jettens und des Solariums. Im November 2007 wurde eine Sauna eröffnet, die sogenannte Römer-Sauna, Beach- und Freizeitanlage El Saver Park. Am 30. April 2000 wurde im ehemaligen Freibadgelände die größte multifunktionale Beach-Sportanlage Nordbayerns mit sechs Beachvolleyball-Feldern eröffnet. Im ehemaligen Sprungbecken wurden eine Skate-Anlage mit Halfpipe, ein 450 Quadratmeter großes Feucht-Biotop, ein integrierter Festplatz mit Buhlfläche, ein Badminton- und Streetballplatz, Tischtennisplatten, große Schachspielfelder, ein Musikpavillon sowie im ehemaligen Planschbecken ein Wasser- und Abenteuerspielplatz für Kinder bis zu zehn Jahren eingerichtet. Sportanlagen Es gibt eine Vielzahl an Sportanlagen, Rasensport und Fußballplatz, Spessartstadion, Waldsportplatz, Sportplatz in Rück, Tennisplätze und Halle, Kegelbahn, El Saver-Turnhalle mit Turnplatz. Ferner die sogenannte Sparkassen-Arena, die regelmäßig Austragungsort von Spielen der Handball-Bundesliga-Mannschaft TV Großwaldstadt sowie der Zweitliga-Mannschaft TUSP Obernburg ist und, in der auch die deutsche Handball-Nationalmannschaft 1971 gegen Luxemburg und 1977 gegen Island bereits zwei Länderspiele absolviert hat. Tourismus-Kloster Himmeltel Im Kloster Himmeltel werden seit 1984 aufgrund der hervorragenden Raumakustik in der Klosterkirche die Himmeltaler Sommerkonzerte durchgeführt. Außerdem befindet sich im Kloster die Weinprobierstube des Marktes Elsenfeld und des Weinbauvereins Rück e.V., die an jedem zweiten Sonntag im Monat geöffnet ist. Auf dem Klostergelände befindet sich auch die El Saver Schule, eine Erziehungsförderschule mit heilpädagogischer Tagesstätte. Wanderwege Elsenfeld liegt seit 1990 am 55 km langen fränkischen Rotwein-Wanderweg, der von Großwaldstadt nach Bürgstadt führt. Persönlichkeiten Daniel Haas, Fußballtorwart Anja Kohl, Journalistin und Moderatorin Joachim Spatz, Vorsitzender der FDP unter Franken und früherer Landtagsabgeordneter Heidemarie Reit, SPD-Abgeordnete im Deutschen Bundestag Kurios ist die rechte Main-Seite ist als besonders sandhaltiger Boden bekannt. Es ist lockerer, nährstoffarmer und wasserdurchlässiger Boden. Deshalb nennt man die Elsenfelder, Erlenbacher und Röllfelder Bewohner mit Spitznamen, Ortsnecknamen, Sandhasen. Auch die Bewohner von Karl am Main, sowie die Bewohner von Main-Aschaf im Landkreis Aschaffenburg werden Sandhasen genannt.